Willkommen bei der zweiten Hälfte die kommen die kommen zu be ich habe gesagt Dominik und Kadi ich bin da und hat er mir sofort hintergegeben kommt da an jetzt rock 5k die sind oben die kommen von hinten Meldos, die kommen von hinten oder was habe ich von hinten kommt welches, auch noch der gibt dir einfach einen Burst der war nachladen, man kann es machen so jetzt waschen wir gehen aber zu 5 auf B die werden das schon hinkriegen einfach nichts kaufen auf B boah ich wollte bis 250 Daniel Only Knife Action das ist die Motivierung der andere, der andere, der andere, der andere, der andere das finde ich eine richtig scheiße Sektion, dann mach wenigstens ordentlich du musst auch nichts reichen, sonst habe ich nur einen Aufnahmem-Audits-Gest, aber ich war trotzdem motiviert da sitzt er LOLL AHHHHH 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 LOLL äh kaufen oder nicht kaufen nicht kaufen, nein, nicht kaufen, nicht kaufen Mitte Richtung A, kommt, das machen wir die rushen uns einfach tot die rushen uns einfach tot ja, wenn du deine Taktik wieder machst, ja, dann ich bin mir nur unanschieden raus ja, mach hier mal wieder deine Taktik, hier alleine komm, jetzt kommt die Abe bumm, fünfer Redshot wow, jetzt wissen sie es Retard dass ich Welt bin, wow ja BEEE Plan B AHHHHH Hilfe AU ich lebe noch, hab noch 6 life, lebe noch lebe noch lebe noch lebe noch ich krieg ne Granate in die Face in die Face in die Face in die Face oh, da nacht man uah oh jetzt kaufen wir's die 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 wollen ich im 7. und 6. 30 geben die werden EA kommen, schätze ich auch n Kruz geschossen so gut jetzt jetzt ganz gechillten ja, eben, wir haben Zeit ich leif dich, ja DECOI! DECOI! Ah, definitiv! Ja, einer ist durch Mitte durch DECOI! Ich! So, da ist noch einer links, Meldos, ne? Ja Oh, der links hat mir Header gegeben Er ist rechts rum No, Morse Nudge! Oh, wow! Ich bin auch mein bester Spieler! Ich weiß nicht, was für eine M4 Ich bin mir weggeschmissen Für ne abgesehnte, weil ich dir das ist, wenn er AKG ist Und kurz, weil das Ding im Gebüsch lag Na, ehrlich Na, da hat er einen MVP bekommen Ja! Oh, shit! Ja, Männer! Ja, was aber jetzt weckert er hier rum Ja, du hast aber auch nur einen mehr Hä? What? B B? Echt? Ja Ja Bomben, das ist mit A total Guck dir an, guck dir an Bombe B Nein Bombe down Guckt euch das an! Ich hab heute ersten Meter LOL Ach, Dominik, das war ein Afkaler Wow, Dominik! Wow! Ey, immerhin, nice kill Daniel, Mann! Juhu, ich hab akk Ich geh mal durch die Meter, da Das Badafley wird's töten Hatten die gekauft? Ja! Ja! Okay, dann haben wir gewonnen, weil dann müssen die Echo machen Was Kai? Was Kai, darf ich dich was fragen? Ja? Ist ganz schön arrogant, oder? Ja, ich weiß Der ist richtig arrogant Ich hab, ich kann ihn in die Zukunft sehen, die Gegner haben verloren Ich muss mir eigentlich mal kurz snifen, ok? Hey, hey, hey! Weißt schon, dass wir auch schon Echo's verloren haben Weil so viele Echo's geholfen haben Die machen keine Echo! Die machen keine Echo! Ich mein, Dominik, guck dir das an! Wir haben den professionellen Aave-Spieler im Team Sicherlich! Bro, wirst du näher? Siehst du ja Okay, Aave-Color gibt's nicht mehr Dominik, geh hin! Der Planted, du kannst gleich defusing gehen Einfach durchlaufen! Nicht die Brücke, nicht die Brücke! Geh in die Smoke leise! Dominik, leise in die Smoke und fusing! Werf den Smoke auf den Boden! Nein, 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 nein! Links, 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 weiter! Keine Ahnung, ich hab nichts gebracht! Lol! Alle down defused! So! Schöne X-Ray, man! Woher hast du die? Verkauft, ging die Drinking Also Drinking verkauft, meine X gekauft Du hast 7 Live gehabt! Wow! Ich hab 4 Live gehabt! Nyfie, komm! Nyfie, bitte! So, Daniel, wie war das jetzt so mit bester oder schlechtester? Hey, ich bin immer noch schlechtester Na gut, wir sind beide recht gut, ne? Okay, jetzt... Moment! Bitte, wat hab ich alles gemacht? Wer wird der schlechteste? Das ist jetzt die Frage Dominik! Ne, ich! Was labber ich's? Dominik wird besser als ich Flashback! Ne, ich hab keinen Bock Mitte wird nicht Nein! Die sind hier! Nein! Flashback! Wo sind die? Da oben noch 2 Wasabi Wasabi! Oh, gar nichts wird besser! Jetzt nieder! Oben eingefrackt, ne? Bis zum Gate nicht mehr! Herr, oben hab ich geholt! Oh, gut! Hinten ist die... Den habt ihr nicht geleihegegen Der kommt mit den Flashback! NICHT! Über Shortcode! Daniel, hol den! Komm da! Nein! Nein, Pistole! Nein, Pistole! Nein! Ben! Jetzt jagt ihn! Jagt ihn über die Map, ja? Jetzt will ich einfach mal aufsuchen Wenn du mich jetzt abgeknallt hättest, ne? Deine GA! Der fehlt ab! Oh, fuck! Der ist Untergrund! Ich verarsche, der ist B! Nein, der ist Untergrund! Der ist Untergrund! Ja, mit einem Punkt erster! Gold Nummer 3! Mit 2! Fuck! Ja, das ist Nummer 3! 4 Sterne! Yo! Finally! Ja, und das war's auch mit der Folge! Ich hoffe, es hat gefallen! Bis zum nächsten Mal! Und... Tschö! Mit Ö!